Timocom ist ein IT-Unternehmen. Im Grunde führen wir Produktion, Handel, Transport zusammen und sind so quasi die digitale Grundlage für die Logistik Europas. Viele kennen Timocom, aber ich glaube nicht alle wissen, dass es bei uns tatsächlich um die Entwicklung von Anwendungen für Logistikbranche geht. Wir glauben an eine Welt ohne logistische Herausforderung und dafür arbeiten wir tagtäglich. Wenn ich bei Timocom durch die Flure laufe, ist das einfach toll. Man bekommt ganz viel von unterschiedlichen Kulturen mit. Wir haben Leute aus über 30 verschiedenen Nationen hier und es werden 25 Sprachen gesprochen. Das macht das Ganze sehr spannend, finde ich. Ich mag Timocom einfach als Unternehmen, dass in Rekill einfach auch weiter mit den guten Kollegen, die man hier hat. Das ist ein sehr lockeres Umfeld. Das macht extrem gute Stimmung. Die IT und die Logistik, beides verändert sich tagtäglich. Wir haben komplexe Themen, die noch kein Mensch vorher gelöst hat. Das können wir nur, indem wir entsprechend die Mitarbeiter weiterbilden. Das ist unser wichtigstes Kapital. Wir entwickeln unsere Leute gerne nach ihren Stärken weiter. Das heißt also, wir schauen, was zu ihnen passt und entwickeln dann daraus die Aufgabenschwerpunkte. Ich habe hier gestartet als Eventmanagerin. Jetzt darf ich ein Team aufbauen, bin in einer Führungsposition und kann mich persönlich noch viel weiterentwickeln und ich finde das unglaublich spannend. Wir arbeiten in Sprints in der IT, in der Softwareentwicklung. Wir machen Daily Stand-Ups. Hier gibt es viel Flexibilität, was natürlich einerseits auch verlangt, dass man auch die Verantwortung übernimmt für sich, aber man hat die Chance zu gestalten und mitzuwirken. Für mich als Vater ist es wichtig, viel Zeit für die Familie zu haben und dabei hilft natürlich, dass Timocom mir die Möglichkeit bietet, im Homeoffice zu arbeiten, dass ich flexible Arbeitszeiten nutzen kann. Oder du schnappst dir natürlich direkt deinen Mini-Mensch und setzt dich ins Eltern-Kind-Büro und hast auch alles. Timocom macht sehr, sehr vieles, um einfach auch diesen Zusammenhalt unter den Kollegen zu fördern. Zum Beispiel durch ein Lunch Lotto, was wir haben. Das ist natürlich bei einem Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern super spannend. Außerhalb der Arbeitszeiten bietet Timocom Aktivitäten an, sei es ein Lauftreff, sei es Rückenkurse. Das Unternehmen wächst und wächst. Wir haben einen zweiten Gebäudekomplex gebaut, der jetzt auch gefüllt werden möchte. Alle, die gute Laune haben, die Bock haben, irgendwas zu bewegen, sind hier bei Timocom willkommen. Wenn du Lust hast, die Logistik weiterzuentwickeln, dann komm doch einfach zu uns. Wir entwickeln Zukunft für die Logistikbranche und wer Bock hat, das Smart Logistics System weiterzuentwickeln, kommt zu Timocom. Das Spa 2 3 5 7 7 5 7 8 8 9 9 10 10 10 12 Vielen Dank.